hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf unserem kanal so folgend gleich so Leute wir befinden uns in Rushworth und wir öffnen erst mal 2 Free Chests, oh ne neue Karte, der Tesla habe ich jetzt, der ist geil hast du den schon? ne natürlich habe ich den schon ok meine goldman expired erst in vier stunden so ich hoffe dass es mir jetzt heute auch gelingt hier vorne den Chopper auf level 5 zu bringen was kannst du eine Truppe mehr mitnehmen und sogar einen airdrop mehr das wird ätzend und ein airdrop mehr was das vorhielt weiß ich noch nicht oh mein gott ein rager hier das weiß ich noch nicht was ich dann mache aber ja je nachdem was ich bekomme ich habe jetzt nur dann nur rage nein was habe ich eigentlich gemacht ich kenne ich cancel weil das das war jetzt total ich muss canceln warum warum weil es total bescheuert war weil ich mit dem mit dem angriff kann ich muss hier die losjagen wenn ich den da schon benutze sonst macht es keinen sinn das ist so was hast du für eine taktik das sieht nicht gut aus mit mir der von pitchen wird nichts ich will wenigstens die eine hütte ist auf eine hütte ja ich will wenigstens ein kommander ja das ist natürlich da hast du recht ist natürlich blöd wollen wir den commander den würde ich hier definitiv verlieren da hast du recht der überlebt das auf keinen fall ich muss 20 gott bezahlen für 1 so dass hier könnte besser funktionieren das hier zwar wenn ich den sneaky ninja alter wie viele so start nein macht das ding dann bitte noch das ding hast du dich also nicht die ich sondern ob dann meine truppen greift das teil dann macht das dauern und dann habe ich meine jawohl und ich habe sogar mein kommander ist tot mein commander lebt noch und hat sogar noch von live 25 habe ich geholt ich habe 206 und mein gott ist auch schon nie geschafft ich weiß so jetzt muss ich mal gucken ob das jetzt schon reicht 61 alter ich habe mein commander noch ich werde bekloppt ja 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 so also auf geht's wo lauft ihr lang nicht nach oben das ist nicht mehr ernst das kann man eigentlich gar nicht schaffen aber es bringt hat mega viel gold ne mega viel gold und drei scheine es kann aber viel gold bei dir oh mein gott das kannst du nicht schaffen warum nicht epic box du bekommst du kommst hier tank nein was hast du vor allem ich habe meinen das level 2 jetzt mein kommand ist level 2 geil oh mein gott nachgezählt ja oh mein gott ja ich will level 2 ja ich habe mein kommand ist es gibt es auch meine angriffskarten sind refreshed so wie viel gold habe ich jetzt reicht es jetzt müsste reicht es jetzt müsste erreichen 49 das musst du am ende machen der gleichen hast du kein gold zum angreifen ja dann ja du kannst du kannst du nicht mehr machen ich wusste oder das stimmt so jetzt muss ich wieder anders daran gehen oh mein gott wie verfolgen das okay ich habe kann eben nachgezählt weil ich soll auch so ein klechroyal man wusste man vorher schon ob man legendary bekommt oder nicht also bevor man die komplett fertig aufgemacht hat und das habe ich auch nachgezählt welche ich habe erst gesehen die selten ist es vor die epische sinnvoll und wenn der kommande ist ich mich auch gewundert warum denn mein kommander dann ist ein von level 2 was nur 909 trophäen 2020 ja ist die hütte nein 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 wo lauft ihr hin ihr splittet euch doch so dämlich ja wir sind ja ist verloren und warum ist das verloren weil die truppen einfach zu dem ich sind was noch vier kies ich hab noch drei kies machst du nicht alles ich weiß ich will ja nicht am ende der folge doch musst du nein weil die wenn ich je nachdem ich brauche ja nur 10 10 gold oder so für den anfang nein da musst du wollen wir natürlich aber was 20 25 20 kurs ist ja also könnt ihr mal 20 gold kriegt man eigentlich machen wir machen wir ohne goldmann du hast dann keine gold könnte ich hab da ich hab da geste ich hab da mal am anfang selbst so bled da gestanden ja let's go fahren meine taktik weiter nimmst drei laser das funktioniert ich weiß es nicht ich würde es jetzt gleich sehen wenn das wird nicht funktionieren wir müssen jetzt einfach nur einfach nur einmal noch schießen ja wenigstens die eine hütte habe ich wenigstens einen stern 13 aber ich verliere gold ich verliere gold das ist nicht gut ich will ja gold haben oh mein gott ich habe verloren mein gott war das schlecht und dann machen wir es mal so wir probieren das ist schlecht das habe ich schon ausprobiert das ist schlecht sagst du mich jetzt schon ausprobiert also ich nix anders hatte komm ich probiere es ich probiere es einfach spielt einfach wissen was passiert vielleicht vielleicht geht es bei mir besser ich war aber hier geht es besser bei mir geht es schlechter bei dir geht es vielleicht habe ich sehr gut bei viel mehr trophäne als du und der soll dann geht ihr denn darauf ich hasse euch toll wenn die geld den kann ich sagen willst du mich verarschen ist jetzt nicht wahr ich habe da habe ich jetzt wirklich blöd gespielt der pitcher der macht ja einen flächenschaden richtig das heißt die schießen das war so dämlich was du hast du ernsthaft nicht gedacht hast du es hat mich gedacht hast du das kann ich kommen ja und dann ist der laser down aber ich habe wenigstens zwei hütten bekommen und 55 gold 47 jetzt könnte ich es mir theoretisch leisten aber wie wir es ja immer schon gesagt haben ich warte nicht bis ans ende der folge aber jen muss aber dann angriff denn ich warte nicht bis zum ende der folge weil ich nämlich ja wenn ich die nächste box öffnet kriege ich sowieso genug zusammen ich muss doch wenn ich die nächste box habe habe ich genug zusammen schickst du es nicht ja dann habe ich doch genug zu sein weil du nein das hast du eben nicht bedacht weil wenn du nämlich jetzt habe ich ja wenn du dann das gold hast wenn du da mehr gold hast dann ein total weniger jams das noch mal gleich dann bezahlst du halt wir werden sie gleich sehen aber wir werden es gleich sehen ich wette jetzt habe ich jetzt habe ich alles zusammen so jetzt habe ich alles schon immer sie haben so dann wenn ich wenn ich die nächste box öffnen sind vielleicht der 60 gold drin oder sowas und 60 gold reichen um mich zu starten aber wird die rest des restliche gold kaufen danach hast du null was sage ich denn zu dir man aber mit den jams es habe ich ja die letzten male genauso genau den jams kann ich dann dass du den test des match freikaufen das geht ja das geht ja klar aber dann musst du halt viel bezahlen das koste ein oder zwei jams war es nein das ist schon ein paar mal so ja ein jam aber das ist das kostet so viel zu wie dem einen angriff und der soll ich nicht einfach ich einfach nicht das rufen natürlich kann ich einfach nicht weil ich ja dann auch mehr angriffstruppen habe ich bis zum ende der folge warten weil ich jetzt die angriffstruppen haben will und weil du weil weil du angst hast dass ich wahrscheinlich jetzt aufholen dann damit nein wie soll er denn damit aufholen ich habe kann auch bald das machen in drei folgen wie willst du mich aufholen und erstmal ernst hast du hast angst dass ich nur nur fünf punkte aufholen anstelle 110 das ist dann keine ahnung was ist ohne ein bitte nicht dass jetzt hier 116 punkte unterschiede sollen da passieren oh mein gott bitte nicht das bitte nicht dass das ist so dem nicht jetzt gelaufen hatte der hat mich eingefriest ich drehe durch habe ich einfach eingefriest ja noch bitte diesen panzer da und da kommt noch der tesla tower nein ich drehe durch das ist gut nein warum macht er das ist gut also der rocket launcher hat sich jetzt schon rentiert weil es in basuka ja ist ein rocket launcher ist kein rocket launcher raketenwerfer so besucher hat sich jetzt schon dann kann das wahrscheinlich auch nein er schafft das nicht weil er auf nicht auf die typen schießen auf dem bus ich werde bekloppt so werden so ok jetzt gucke ich mal habe ich schon damals in damaligen videos gebracht habe ich mir erst heute angekommt kommt ich hole mir das gleich ist nicht wo es mit den habe ich schon damals an den deutschen damals gebracht was dann von werden ist bei dir keiner reden damals gemacht der alten videos zweimal heilen die noch mit hin zu und das wird jetzt zwei gold kostet mich das 2 2 james so ist überhaupt kein problem dafür habe ich jetzt viel mehr angriffstruppen und da vorne guck mal was da vorne schon zu sehen ist 44 vor allem viel zu vor allem viel zu viel dass du viel mehr antrittsgruppen eine mehr das reicht also sind zwei soldaten mehr das läuft und ich habe zwei healing spells genau das macht nämlich einen riesenunterschied jetzt macht ja ich habe jetzt genug gold zusammen um die nächsten zwei matches zu starten fertig und damit funktioniert jetzt so ich bekomme nur noch die heftigsten das ist echt nicht so leicht gerade nur aber die fast 10 10 prozent ist recht locker 10 prozent ist recht locker ja für die restliche gleich ist einfach 14 prozent es reicht natürlich das ist so komisch bei dir einfach 15 prozent ist komplett ich kiesest du eigentlich noch zu viel diese picture nerven so hart und da so viele sind ich weiß ob das jetzt reicht wie viel schaden die pitcher machen guck mal wie viel schaden guck mal nein es reicht nicht wie du siehst ich habe diese das hast diese blöden pitcher ehrlich so viele pitcher machen zwei lese drei pitcher machen zwei lese wir sagen gut jeweils deine lese sind wieso kannst jetzt zwei jahre jobs mitnehmen weil ich das ding jetzt hochgelevelt haben fair so und das sollte eigentlich funktionieren das ist nicht funktioniert bei mir ist es mir wir haben ein 116 unterschied geht ja oder wenigstens mal eine stern ich bin so dumm bitte noch einmal das ding treffen ja drei sterne endlich mal drei sterne meine güte endlich mal wieder drei sterne wenn du hast ja auch einfach jetzt sorry aber du hättest es ja noch nicht mal so gemacht ja da kann kann ich doch nichts dafür was hätte ich nicht so du hältst hast ja gesagt ich sollte es zum ende der runde warten weil das nicht funktioniert nein das wird nicht passieren nicht ich hoffe dass wir jetzt schon richtig schön ja erstmal muss ich jetzt hier das ist alles noch nicht gelaufen hier alter mit glück schafft schaffe ich beides alle drei alle drei drei sterne geholt doch jawohl und 72 gold und 18 sternen unterschied klar klar logisch oh mein gott ist das geil doch alles bemerkt dass man das also auf die dass die bitte nicht das bitte nicht das kokos dir einfach bitte nicht das guckt dir das an es ist einfach so schmerzhaft und das ist aber schmerzhaft die machen alles kaputt für dich ist das vielleicht meinst du für mich nicht für mich das gut aber ich denke das wird trotzdem irgendwie ganz gut und so hat sieben truppen das hat ziemlich unfair die eine truppe macht doch nicht so viel aus die macht richtig hast du doch gesagt ja ja ich tut im reich der jahr das liegt ja auch nicht an der truppe das liegt an diesem doofen erdruck in den zogen ich wusste dass das nicht funktioniert so viel ich stelle mir jetzt auch nur noch solche picture hin das ist unfassbar du hast keine chance wirklich schon noch bitte du siehst es doch du hast keine chance dafür ist ja zweimal dafür musste aber auch pijama zweimal heute nacht machst du nimmst du keinen machst du keine neue goldmann machst du schön sagen das es sag ich hallo wenn wir wenn die bei mir expiert ist dann machen ja ich kann es nicht machen das machst du auch sonst nicht doch nö nein das willst du eigentlich gar nicht ich würde es so verloren und so ist ja verloh so die pitcher sind übel wenn die alle auf einem flexel bitte bitte schafft dass diese pitche auseinandergenommen haben das geschafft wie heftig alter die haben keinen flächenschaden das heißt ich kann dich sogar ein bisschen näher dran hier die normalen soldaten angeblichen schaden das heißt da muss ich jetzt brauche ich jetzt nicht wegen diesen voll einfach ich hab's doch gar hier geht begeht zu ihr seid ihr seid voll idioten sind die gefließt mhm und ihr geht natürlich auch da drüben weil ihr voll idioten seid alles und das nur idioten so drei sterne und die nächste rare box ich hab ne epic box bekommen mhm ja ich weiß ich weiß oh nein die angriffskarten sind refreshed bitte richtig schlechte bitte ich gönn's dir sooo sehr ok du hast drei stück die um mein gott die nur einen platz verbrauchen ich würde nur pitcher machen wohnen die wir wollen die olympische pitchers ok ok und dann mal ob das so funktioniert du hast nur 926 ich habe jetzt zweimal na gut dann machen wir es eben so was hast du da für ein spell wie welchen spell den anderen das sind die fallschirmspringe hast du kein healing nein ich habe gerade keine ich könnte natürlich nicht ich bin ja richtig hart hast du die links gar nicht bekommst nie wieder ich habe tatsächlich kein healing ich könnte es dir nicht selbst nein ich gönne es mir natürlich nicht was macht ihr denn geht doch auf diesen schnell bewegt euch schnell weg wieso meine damit kriege ich auch die dritte drei hütten drei sterne das war sehr gut gespielt so jetzt habe ich auch mal wieder ein bisschen mehr gold jetzt kann schon mal ein bisschen was upgraden hier was macht denn da sind im moment die machen jetzt auf jeden fall sind weil die habe ich ja aktuell sind dann jetzt auf level 3 kann ich noch mal upgraden sind dann auf level 4 so okay und was kann was macht noch sinn beim upgraden und mein tesla tower jetzt hoffe ich dass ich noch genug ja ich habe noch genug kohle so also jetzt hier das warum geht eigentlich nicht was keine keys mehr tatsächlich ich habe keine keys mehr was geschafft ist noch nicht und noch im match gewinnen machen nein 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 doch 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 daraus sein danach ja 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 egal wie es ausgeht in den ersten den ersten ersten direktz er ist ja noch so natürlich das was jetzt hier kommt das erste was derechste ist doch was er panik schieben weil sonst normalerweise ist ja mir vor mir da muss man aber weißt du was da ist aber einfach weißt du was ich kann die da hinten ab abspringen lassen erstmal mal das hier wir haben jetzt ein 121 trophäen unterschied kommt wieder diese 1050 er gleich eine komische frage 1050 oh mein gott ja hast du nur nicht mal dieses eine match gemacht so die eine hütte kriege auf jeden fall ich würde so feiern wenn es wirklich über eine hütte bleiben würde schade du wirst es feiern wenn ich jetzt wirklich nur mit einer hütte hier fertig wäre ja das würdest du feiern jetzt du bist mir hier schon mal der kommande der kommande tausende kostet 1500 okay so das war es jetzt machen wir 1.000 jetzt aber 119 trophäen unterschied ich habe jetzt schon mal 1050 habe ich jetzt auch jetzt genauer ich mache mir da jetzt momentan nix zu hause formieren gold wie soll das denn funktionieren du das siehst du das selbst das moment vorstellen ich habe morgen fünf sternen ja wie immer du startest immer mit 5 6 6 6 sagen dass mir daumen nach oben da schreibe was in die kommentare und abonniert kostenlos und halte jetzt nichts mehr ein bisschen an rein